Das Kippen von agilen Softwareprojekten ist für mich wie Kippung im Klima oder Falltürmen. Es ändert sich sehr schnell, es ist nicht reversibel, es geht nicht zurück und es wird subjektiv schlechter. Und wir reden da über Themen im Bereich Organisation, nicht Technik. Ich selber habe das öfters erlebt und ich bin nicht sicher, ob das irgendwo anders auch schon mal beschrieben worden ist. Warum ist das interessant? Wir können es erkennen und dann gegebenenfalls etwas dagegen tun. Wir können es zum Beispiel thematisieren. Wir können selber aktiv Konsequenzen ziehen. Das ist eine unerfreuliche Situation und ich kann selber schauen, ob ich mir vielleicht auch ein anderes Projekt suchen möchte. Außerdem sprechen alle von agilen Transitionen. Manchmal geht es aber eben in eine umgekehrte Richtung, weg von Agilität und das halt sehr schnell. Also sollten wir vielleicht über dieses Phänomen sprechen und nicht nur darüber, wie wir Agilität erreichen, sondern wie wir es auch erhalten und wie wir so ein Kippen verhindern. Und es führt zu der Frage, sind bessere Umgebungen, agile Umgebungen wirklich besser? Gründe für so ein Kippen kann zum Beispiel sein, dass die Meinung, IT ist austauschbar, auf so eine agile Organisation trifft. Dann ist nicht klar, warum man all diesen Aufwand treibt, warum man diesen Prozess so führt. Man kann doch einfach Spezifikationen rausgeben und die implementieren dann irgendwelche Personen. Das führt dann dazu, dass die agile Organisation zerbricht. Leute, die dort arbeiten, arbeiten typischerweise in so einer agilen Organisation, weil sie gerne agil arbeiten wollen. Und wenn das nicht mehr geht, gehen sie und irgendwann sind alle Guten weg. Es kann schlicht darum gehen, Kosten zu sparen. Meiner Meinung nach sollten wir bei Individualsoftware nicht so sehr auf Kostensparen achten, denn es geht darum, dass wir Werte erzeugen. Und wenn wir nicht ein Mehrfaches an Werten erzeugen gegenüber den Kosten, die wir haben, dann sollten wir vor allem die Werte diskutieren. Wenn ich ein Stück Software habe, was ein E-Commerce-Shop erzeugt, dann ist das ein sehr wertvolles Stück Software. Wenn ich ein Stück Software erzeuge, das einen Geschäftsprozess optimiert oder automatisiert, ist das ein sehr wertvolles Stück Software. Dann sollten die Kosten auf jeden Fall reingespielt werden. und wenn dann diese Denke mit dem Kostensparen aber überhand nimmt, dann ist eben unklar, warum man überhaupt so eine agile Organisation hat und dann wird die eben abgewickelt. Manchmal weiß auch der Product Owner oder das Business nicht so genau, was sie überhaupt wirklich wollen. Das ist nicht so absurd, wie es erstmal scheint, denn die POs müssen priorisieren, sie müssen eine Richtung vorgeben und das ist eine der großen Herausforderungen. Was ist es, was wir wirklich bauen wollen, die wir in der Softwareentwicklung haben? Der Vorteil der Agilität ist dann nicht mehr darstellbar, weil es eben keine Ausrichtung gibt und keine Werte produziert werden und dann wird eben so ein Projekt möglicherweise einfach abgewickelt. Vielleicht geht auch eine Person an einer wichtigen Stelle aus dem Management oder der Architektur. Das reicht manchmal schon, weil eben eine andere Person dann diese Rolle einnimmt und die steuert um, versteht vielleicht Agilität nicht oder möchte anders arbeiten, sodass dann die Organisation zerschlagen wird. Wie bewerten wir das? Vielleicht bekommt die Organisation dann das, was sie eigentlich will. Eine Organisation, die weniger Kosten verursacht, eine Organisation, die weniger Agilität erzeugt. Und man könnte jetzt sagen, naja, das ist eigentlich egal, aber es gibt eben Psychological Safety und Zufriedenheit in so einer agilen Organisation eher und es gibt dort Vertrauen, Freiheiten und so weiter. Und das bedeutet, dass wir dort vermutlich eine produktivere Umgebung haben, in der EntwicklerInnen, ArchitektInnen, andere Personen viel freier arbeiten können und viel mehr umsetzen können. Für Architektur ist hier die Frage, sollen wir wirklich allen zu modernen Ansätzen raten? Wenn wir uns Microservices beispielsweise angucken, dann gibt es so etwas wie Mikro-Makro-Architektur, wo wir also den Teams im Rahmen der Mikro-Architektur Freiheiten geben. Und wenn wir eine agile Umgebung haben, ist das sinnvoll. Wenn wir das nicht haben, ist das kein echter Vorteil, weil wir diese Freiheiten eben nicht an die Teams geben wollen. Dann sind eben auch diese Architekturansätze eher sinnlos. Führt also zu der Frage, wollen wir wirklich allen zu solchen Architekturansätzen raten, wenn doch mindestens in einigen Beispielen eben diese Architekturansätze eine Organisation unterstützen, die dort gar nicht so gegeben ist. Also das Kippen agiler Projekte kann zahlreiche Ursachen haben. Irgendwelche Personen gehen, die Umgebung ändert sich, Machtkämpfe gehen verloren und es wirft die Frage auf, ob wir eben tatsächlich in allen Situationen Agilität überhaupt anstreben. Offensichtlich ja nicht, sonst würde es eben nicht an einigen Stellen kippen. Und es führt zu der Frage, ob wir eben moderne Architekturansätze, die insbesondere Agilität unterstützen, überall tatsächlich umsetzen wollen oder ob es da an bestimmten Stellen eher Kompromisse geben muss.